Wir sind leicht verspätet unterwegs. Grund dafür ist die verspätete Ankunft dieses Flugzeuges aus Mainland. Und ja, wir versprechen Ihnen, wir geben uns zum Besten, Sie so schnell wie möglich nach London zurück. Die Beladung ist noch im Gang, ich war trotzdem, statt in den nächsten 10 Minuten, da werden wir später Richtung Westen abfliegendes Gitter. Ja, Basel, Paris, Doma, London, das Wetter vielleicht gewöhnt, die Wohne wird von Doma in 21 km. Geschosse Gäste im Grand, ich wünsche Ihnen ein leichter Gericht.